Hallihallo und Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge zu ICO und der Mond ist gerade aufgegangen und scheint uns hier den Weg erhält uns den Weg ja ich habe hier ein bisschen überlegt wie ich weiter bauen will bin nicht so recht zufrieden aber wer mich kennt weiß dass ich oft nicht zufrieden bin mit dem was ich hier machen will deswegen machen wir einfach mal los und zwar würde ich jetzt hier eine Rampe weiter runter bauen das heißt wir brauchen hier noch ein bisschen Erde die nehmen wir uns einfach von hier drüben und zwar muss die vier lang sein immer ne 1 2 3 4 haben wir geschafft gut dann geht es weiter 1 2 3 4 dann jetzt hier die Erde können wir wieder wegräumen würde ich sagen stellen wir uns dann hier irgendwo noch ein Lager hin da ist mal auf so gucken wir mal ob wir ein Lager haben wir haben ein Lager juhu an dieser Stelle sei erwähnt wenn euch das gefällt was ihr seht und ihr gerne weiter auf dem laufenden bleiben wollt dann abonniert zum einen meinen Kanal wer es noch nicht getan hat und zum anderen zeigt mir gerne mit einem däumchen nach oben da sehe ich euer feedback am besten apropos feedback das haben jetzt die politiker zum thema artikel 13 bekommen am wochenende waren ja demonstrationen in ganz europa ja ich war auch in münchen ich will jetzt nicht so viel über artikel 13 reden dafür ist eigentlich ein anderes format gedacht mein minecraft vanilla let's play was ich momentan pausiere deswegen möchte ich es heute kurz ansprechen also ich habe von der demonstration ein schönes video gemacht also ich bin zufrieden damit und wer auch sehen will was da in münchen so abging wie über 40.000 leute friedlich demonstrieren das ganze mit ein bisschen passender musik untermalt kann sich das gerne anschauen ich verlinke es mal hier oben rechts da wo jetzt plaksat campingsplatz steht da oben könnt ihr das video anschauen es hat alle rekorde auf meinem kanal bisher gebrochen schon über 50 leute haben sich das angeschaut ist natürlich ein thema was mehrere leute betrifft so ziemlich jeden youtuber instagramer jeden twitch freund also jeden der irgendwie ab und zu mal was hochlädt oder die user generierten contents sich anschaut also sprich das was andere hochgeladen haben weil das könnte morgen schon im eu-parlament ja ein ende haben beziehungsweise wird erschwert werden durch eines sogenannten upload filter wenn ihr mein video dann angeguckt habt findet ihr darunter weitere links die dann zum thema euch umfassend informieren viel umfassender als ich es tun könnte ich habe jetzt genug werbung gemacht jetzt brauche ich meinen hänger wir haben noch 19 tage 14 stunden und 10 minuten dann sollte man die aber fix nutzen mein plan ist erstmal hier irgendwo eine hütte zu bauen wo man quasi den steinbruch drin haben und einen holzfäller weil im prinzip wir brauchen ja beides oder ich mache ein lager wo der holzfäller dann seine sache rein tut wäre auch eine möglichkeit auf alle fälle brauchen wir noch ein haus wo man dann gewisse geräte auch drin haben vielleicht nehme ich mal die erde hier mit weil wir müssen daraus rampen machen na komm kann man gleich umschichten ja kann man sehe ich schon habe ich schon rampen übrig die nehme ich gleich mit was essen sollte ich nebenbei auch ab und zu machen was haben wir denn hier brauchen immer was mit proteinen nicht so wirklich ne dann immer weniger etwas mit weniger kohlenhydrate 429 punkte kriege ich so jetzt setzen wir mal die rampen hin ja jetzt haben wir wieder das problem eine kann man noch da hin setzen dass hier die anbindung nicht so gut funktioniert aber kein problem dann nehmen wir einfach holz dann nehmen wir einfach holz wie wir es hier oben auch schon gemacht haben ne so war mal vier stück 1 2 3 4 ja es ist nachts immer so dunkel ne so übertrieben dunkel so und wir wollten noch andere holz nehmen ne das hier genau 1 2 3 4 dann holen wir uns mal den hänger und laden noch ein bisschen erde auf aber zuvor starten wir noch die nächsten ranten 1 2 3 1 2 3 und genau 4 machen achte ich spreche nur noch 3 achte ich spreche nur noch 3 1 2 3 4 1 2 3 4 und dann gehen wir dann darüber ja ich würde sagen wir gehen schon noch 1 rüber ne nur so unentschlossen 3 4 wenn wir jetzt hier runter gehen 1 2 3 4 hier kennt man dann hier irgendwo raus wird aber eigentlich funktionieren oder? ich denke schon ach wir müssen sowieso darum ja geht gar nicht anders so irgendwann wird die schaufel jetzt die grätsche machen so ich glaube das war es jetzt mit der schaufel aber die kann man ja schnell reparieren mal schnell hoch gehen hier halt drüben war die reparaturbank haben wir überhaupt noch steine da? dafür brauchen wir holz ok was man nicht im kopf hat ne? ich hätte ja jetzt gleich die fertigen rampen mitnehmen können wir können den hänger noch ein Stück mal ran so eine rampe müssen wir quasi noch runter gehen so und hier gehen wir dann nach vorne dann laden wir erstmal ein das holz 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 noch eine Reihe hinter 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 8 9 9 10 10 11 12 10 5 10 15 15 15 20 15 18 17 18 20 Aus Leben kann man auf alle Fälle dann Ziegel herstellen, aber den brauchen wir noch lange nicht. Aber ich glaube die eine oder andere Rampe werde ich dann doch schnell machen. Ah, wieder so schönes Wetter. Ich war mal froh, ich hätte im Real Life, wobei hatte wir am Wochenende. Am Wochenende war bei uns schönes Wetter in Bayern. War vielleicht auch so der Grund, warum so viele beim Demonstrieren waren. Also ich war ja noch nie auf einer Demonstration, also noch nie so einer größeren. Aber das war schon heftig. Und alle kämpfen für die gleiche gute Sache. Damit ihr morgen auch weiterhin eure, also in zwei Jahren, wenn dann die Richtlinie umgesetzt werden soll. Dass ihr dann weiterhin euren Content genießen könnt. Oder auch produzieren könnt. Je nachdem, auf welcher Seite ihr seid. So, na. Zumindest eine fiese Lai mit dem Hänger. So, was braucht man noch? Äh, Frau Bretter könnte man wieder machen. Ich brauche ihn auch bestimmt. Ah, ein Lager, zwei Lager, kann man mal anschieben. Jetzt nehmen wir den Hänger mit. So, ganz wichtig. Tagsüber Energie sparen. Natürlich nur mit dem Lernslot. Tun wir mal das Holz hoch. Kann ich auf den Hänger? Ne, hänger? Ne. Kann ich leider nicht zugreifen auf den Hänger. Das ist zu weit weg. Kann man glaube ich nur so machen. Natürlich ein bisschen aufwendig so zu machen, ne. Deswegen nehmen wir auch nicht so viel mit. Gut. Brauchen wir ja nachher hinten auch ziemlich viel Holz. Muss auch mal reichen von Anfang. den Rest machen wir jetzt mit Erde noch voll. Also die Schräge geht hier runde. Wir müssen noch ein bisschen was abtragen. Aber wisst ihr was ich machen werde? Ich werde das dann nachher offline weitermachen. Ich mache noch schnell was interessantes für euch. Oder was auf alle Fälle interessanter ist als Erde abzubauen. Und zwar, ah da brauche ich das Zelt dazu glaube ich. Das Zelt noch irgendwo? Ne. Da haben wir das Zelt. Da kann man nämlich eine Werkbank machen. Dann linken wir das Ganze mal und machen eine Werkbank. Irgendwo ein kleiner Hasi. Oder ein Rentier oder irgendwas, was man zu Fleisch verarbeiten kann. Nö. Wenn man es braucht, dann halt nicht, ne. So. Können wir die Rampen gleich noch fertig machen. So. Komm mit. So. 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 So.